Was bisher geschah? Arthur! Das war Arthur! Beeil dich! Geh drüben! Los! Los! Der Pfad vor uns. Weißt du, wo wir hin müssen? Erstmal müssen wir uns verstecken. Arthur und ich wissen, wo. Und Lukas? Er wartet beim Chateau. Alles zu seiner Zeit. Wir sehen Lukas wieder. Das hoffe ich. Ich mag Lukas. Er ist nett. Spar dir deinen Atem, Hugo. Das ist der Weg. Wir müssen weiter. Noch sind wir nicht in Sicherheit. Sag mal, warum zum Teufel ist die Inquisition hinter euch her? Was ist so besonders an dem kleinen Kerl? Das ist kompliziert. Was ist mit deinem Bruder? Kommt er zurecht? Er wird bald zu uns aufschließen. Er hat uns das Leben gerettet. Das war unglaublich. Hey, verlieb dich bloß nicht in ihn. Er bricht dir sonst dein kleines Herz. Äh, ich? Was? Nein. Hey, eine Mühle! Ja, wir nutzen sie zur Überquerung. Wow! Ist er immer... ...so? Er hat noch nicht viel von der Welt gesehen. Das ist nicht der beste Moment, um damit anzufangen? Erste an der Mühle. Hey, langsam! Verschlossen. Ich mach das. Offen. Oh, das ist ja riesig! Damit malt man den Weizen. Die Strömung ist zu stark. Wie kommen wir auf die andere Seite? Indem wir es anhalten. Und wie sollen wir es anhalten? Amicia. Wir finden eine Lösung. Die Strömung wird schwächer, aber es reicht noch nicht. Da muss doch etwas anderes sein. Melli, übernimmst du? Geh weiter in den Weg. Geh weiter, Ivo. Nacheinander hat es keinen Zweck. Na schön, dann Schleuse und Bremse. Und zwar gleichzeitig. Es funktioniert. Jetzt du, Melly. Jetzt werden wir rausfinden, ob es hält. Tja, sieht nicht so aus, als würde ich heute baden gehen. Warte. Nein, halt. Ja. Ugo, kümmerst du dich darum? Gut. Dein Einsatz, Melly. Verstanden. Das überlasse ich dir, Ugo. Ja. Die Zugbrücke wäre unten, Prinzessin. Versucht nicht ins Wasser zu fallen. Na bitte, siehst du, ein Kinderspiel. Wir haben die Mühle besiegt. Wenn es die Inquisition bis hierher schafft, müssen sie hier erstmal vorbei. Wir haben die Mühle besiegt. Da kann nichts aufwerten. Nichts. Wir können hier durch. Na los. Versuchst du mich zu beeindrucken? Äh, nein. Gut, kommt mit. Es ist schön hier und es riecht nach Erde. Das Ackerduck. Ist Lukas hier? Das hoffe ich. Stellt keine hohen Erwartungen an euer Chateau. Warum? Hier gab es mal ein Dorf. Aber es wurde vor langer Zeit in nur einer Nacht im Erdboden gleichgemacht. Die Gegend hier soll verflucht sein. Amicia? Sie macht nur Spaß, Ugo. Ja, natürlich. Seit wann hört man von mir die Wahrheit? Amicia? Ugo, was ist denn? Komm her. Oh. Ugo? Ugo, sieh mich an. Geht es wieder los? Dein Kopf? Es ist, als ob etwas in mir wächst. Meine Beine, sie zittern so. Sag nicht, dass er gebissen wurde. Das hat nichts mit dem Biss zu tun. Etwas ist in seinem Blut, schon seit Jahren. Ich muss ihn tragen. Kletter auf meinen Rücken, wenn du kannst. Los, hopp. Tut mir leid. Keine Sorge. Wenn es in seinem Blut ist. Was ist dann mit dir? Mir geht's gut. Lukas versucht, die Entwicklung zu bremsen. Auch deshalb wollen wir zum Chateau. Amicia, ich hab solche Angst. Wovor denn, Ugo? Was in meinem Kopf ist. Keine Sorge. Das geht auch Erwachsenen so. Wir sind da. Jetzt kannst du dich ausruhen. Ach, endlich. Hilf mir mal, das hochzuheben. Ich komme. Ugo, bitte geh wieder runter. Ist das dein Haus? Das ist ein Versteck, Kleiner. Zum Verstecken, nicht für die Bankkette des Adels. Fass das nicht an. Das ist der Dietrich meines Bruders. Ist eine Menge wert. Wie lange lebt ihr denn schon so? Du meinst wie Vagabunden und Bettler? Familientradition. Unser Vater war ein Mistkerl. Wollte uns einmal zu oft verprügeln. Also sind wir abgehauen. Aber ihr seid ja adelig. Adelig? Amicia? Was soll das heißen? Mir ist kalt. Sieh doch. Sieh uns an. Wir haben alles verloren. Was meinst du? Wer bezahlt uns dann? Was redest du denn da? Euer Freund Lukas hat gesagt, ihr werdet reich. Vergiss es einfach. Legt euch auf Arthos Strohmatte. Und wenn er wiederkommt, besprechen wir das Ganze. Schöne. Schöne. So, siehst du was? Nein, nichts! Hey, Jungs! Hier rüber! Ich brauch Hilfe! Wo kommt man da hin? Nach draußen. Ja, aber wohin genau? Vertraue mir einfach. Und dein Bruder? Er hätte längst hier sein müssen. Tut mir leid. Totgesagte leben länger. Er trägt einen Helm. Devorant ist. Was? Devorant ist. Salpeter und Alkohol. Das verbrennt das Gesicht und frisst sich durch Stahl. Das haut jedem den Helm vom Kopf. Mach mir mal was davon fertig. Gut. Los! Ziel auf den Helm! Schleudere ihm einen Stein an den Kopf. Los! Wo? Das geschieht ihm recht. Das ist laut. Wie wär's mit ein bisschen mehr Begeisterung? Begeisterung! Scheiße! Da drüben! Da ist einer mit Helm. Du weißt, was zu tun ist. Ja! Am bisschen! Weißt du, wo die Schleimsteine sind? In einer der Kisten? Aber da herrscht höllisches Durcheinander. Was war das für ein Geräusch? Was war das für ein Geräusch? Was war denn das? Kurz und schmerzlos, gefällt mir. Wenn zwei von denen unterwegs sind, sind hier sicher noch mehr. Wir müssen hier verschwinden. Wir müssen zurück zum Ackerduct. Ich weiß. Wo ist das Chateau d'Ombrache? Hier in Lack. Fölf mir. Ackerduct ist so niedlich. Hahaha. Oh nein, ich wusste es. Nur die Ruhe. Aber hier sind überall Spuren. Hier wippelt es vom Windspann. Seht ihr das beleuchtete Feilgitter da drüben? Das ist unser Ausgang. Hört zu. Anisya, du hast die Schleude. Du gehst zuerst. Go. Halt die Augen offen. Und sei leise. Ist gut. Verstanden. Und hörtet die andere. Sofort. Sie suchen immer noch nach mir. Was ist das? Was? Oh. So, der hat keinen Helm. Was ist das? Oh nein. 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 Ich brauche Steine. 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 Luminosa, du wirfst es mitten in die Ratten und... Na, du wirst schon sehen. Hier, nimm. Salpeter, Alkohol und Leder. Alles gut vermischen. Gerne doch. Wirf es auf die Ratten. Luminosa. Das brennt in den Augen. Das hat sie pulverisiert. Was? Lukas, der Karren ist ranvoll mit alchemistischen Zutaten. Das ist nur logisch. Die Inquisition. Sie hätten nicht von der Makula gewusst, wenn sie keine alchemistischen Texte gelesen hätten. Ich weiß zwar nicht, was sie vorhaben, aber diese Karren werden uns noch nützlich sein. Hm, die Karren. Das Schicksal. Das Ackerdukt, wir sind fast da. Na, endlich. Jetzt werden wir mehr erfahren. Kletter hoch, ich helf dir. Ja. Gehen wir das Ackerdukt drauf? Ugo, es heißt Aquedukt. Oh. A- Aquedukt. 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 Melly, wo ist dein Bruder? Ich will nicht darüber reden. Ähm, in Ordnung. Warte, Tier. Kein Problem. Gut. Sehr gut. Ja, gut. Komm, hoch mit dir. Na gut. Na gut. Was? Ist das alles? Hier ist nichts. Lukas, sag nicht, dass das alles umsonst war. Nein, nein. Laurentius war ein kluger Mann. Das ist der Trick eines Alchemisten. Gold wird aus Blei geboren. Die Tür öffnet sich nur dem, der den Schlüssel hat. Sowas in der Art. Hm. Wie wär's mit? Nutze deine Augen, bevor du den Mund aufmachst. Wer geht zuerst? Gut gemacht. Ähm, Amicia? Los, jetzt sind wir schon so weit gekommen. Da ist mein Mädchen. Wow. Wow. Nicht übel. Ist das das Meer? Nein, nur Wasser, das sich im Untergrund gesammelt hat. Hey, da ist ein Poton. Dieser Ort wurde von Menschen genutzt. Wir sind auf dem richtigen Weg. Gut gemacht. Eine Seilfähre. Eine was? Das Boot wird mit einem Seil bewegt, das man selbst ziehen muss. Da ist eine Kurbel. Wie komm ich zu der Kiste? Das sind die Fragen, die gestellt werden müssen. Hintenrum? Tatsächlich. Hintenrum? Seilpäder. Mach mal das so. Hoch. Melli, ich brauche deine Hilfe Lukas, schlaf nicht, sondern hilf mit Ja, ja Das Wasser ist grün Ja, weil da unten viele Geschöpfe leben Denen muss Ziemlichkeit sein Vater hat mich einmal zum See bei Turf mitgenommen Ich bin ausgerutscht und reingefallen Das war so kalt, ich musste heulen Da hätte ich auch heulen müssen Euer Boot wartet Ja, Ugo, steig ein Hoffentlich können sie schwimmen Gut festhalten Los geht's Wow Ich sehe gar keine Fische Oh, das liegt an dem Monster Was, ein Monster? Ja, natürlich Unterirdische Seen sind verzaubert Riesige, uralte Monster schlummern in ihren Tiefen Und sie sind furchtbar hungrig Stimmt ja gar nicht Wenn hier Monster wären, dann würden wir Luftblasen sehen Du hast mich erwischt Mama hat immer gesagt, dass Monster nur Dinge sind Dinge sind Dinge, denen wir nie einen Namen gegeben haben Ja, das hat sie mir auch erzählt Ich würde eigentlich gern mal einen Monster sehen Gut, hier steigen wir aus Oh, das war viel zu kurz Ich weiß, aber jetzt sind die anderen dran Es gibt hier keine Monster, aber vielleicht ein Wal Wale sind ziemlich groß Ja, aber ein kleiner? Kann sein Ein scheuer Wal, der sich nicht gerne zeigt Er ist scheu, weil er so klein ist Aber er ist bestimmt sehr hübsch Ihr seid dran Gut, ihr könnt loslassen Ist das in Ordnung? Ja, mir geht's Ich mag nur Wasser So besonders Das ist alles Melli, hör zu Ich wollte dich nicht anbieten Ich dachte, Amicia und Ugo sterben vielleicht Und ich hatte Angst Ich... Vergiss es Das liegt hinter uns Aber dafür gehört mir alles, was mir in der Burg gefällt Abgemacht? Na gut Worüber habt ihr gesprochen? Erwachsen in Dinge Los, gehen wir weiter Verschlossen Nicht mehr lange Lasst mich mal vorbei Ist offen Na bitte Natürlich Die haben mir gerade noch gefehlt Was ist das hier für ein Ort? Das Nein, das kann nicht sein Das muss ich mir näher ansehen Diese Diese Grube Was denn, Lukas? Was ist denn Lukas? Dieses hängende Feuerbecken kann den Graben entlang schwingen Lukas Und dies da aus der anderen Richtung Eine Verteidigungsanlage Wie bei einer Burg? Eher wie eine Rattenfalle Sie schützt irgendetwas Und? Wie funktioniert sie? Die Feuerbecken drängen die Ratten in die Grube Und da sitzen sie in der Falle Könnte nützlich sein Wer hat das gebaut? Ich weiß nicht, aber es sieht ziemlich alt aus Mellie, kannst du sie öffnen? Nein Komm, Lukas Lass uns mal nachsehen Gut, Mellie Während die Jungs tagträumen gehen wir weiter Wer hat das gebaut? Vielleicht, ähm, irgendwelche Ritter? Ich glaube nicht, dass Ritter mit Schweinen und Wörtern umgehen können Aber Handwerker Und zwar eine ganze Menge von ihnen Lukas Der Bau ist schon lange her Aber die Ratten sind erst seit kurzem Na los In den Graben Wir müssen auf die andere Seite Bei den Gedanken kriege ich Gänsehaut Kletter hoch, ich helfe dir Also schön Schon wieder Salpeter Das klappt nicht, oder? Das klappt nicht, oder? Gut, ich kümmere mich um die Tür Na los, kommt rüber, ihr Faulkelze Oh, alle diese verdammten Ratten Oh, alle diese verdammten Ratten Die Anlage ist sehr effizient Ich gehe zuerst Natürlich Noch eine Tür, könnte die richtige sein Hoffentlich Hoffentlich sind da nicht wieder Ratten Melli, ich brauche hier deine Hilfe Schon unterwegs, schon unterwegs Komm schon So langsam habe ich genug von all diesen Türen Sieht mal, wir haben es gefunden Das Chateau Wow Es existiert tatsächlich Chateau d'Ambrage Unglaublich Ich hatte ja so meine Zweifel Aber das ist die Art von Alchemistenlegende, die ich mag Na los, sehen wir uns das mal an Ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie Oh, hast du das gesehen? Der Blitz, sie haben Angst vor Blitzen Lasst es uns versuchen Ist das euer Ernst? Melli, übernimmst du? Also schön Fertig Soll das die Wundermedizin sein, von der sie gesprochen haben? Bäh, riecht nicht besonders gut Wenn es nicht stinkt, hilft es nicht Da hast du nicht Unrecht Eine bekannte Legende erzählt von vier Dieben, die einen Weg gefunden hatten, verseuchte Gebäude zu plündern, ohne selbst infiziert zu werden Als man sie schließlich gefangen nahm, versprach man ihnen, sie nicht auf dem Scheiterhaufen zu verbrennen Sollten sie ihr geheimes Preis geben Sie willigten ein und verrieten ihre geheime Rezeptur, um anschließend an Ort und Stelle gehängt zu werden Die Wirksamkeit dieser Mixtur gab jedoch äußerst fragend Los, lauft! Das ist doch verrückt! Nie wieder Ein Gebäude Unglaublich Hier haben wir Leute gewohnt Wir sind zu weit oben Keine Sorge, Ugo Das ist so weit weg Zu weit, um es auf einmal zu schaffen Ne, Quatsch Das ist so weit weg Egnifär brauchen wir Aber Jetzt, na los, na los Ich muss mich da helfen Noch nicht, noch nicht, noch nicht Los, wir werden es schaffen Scheiße, Scheiße Komm, ich helfe dir Ja gut Geht es euch allen gut? Und wir es geschafft? Wirklich? Geschafft Wir sind da Seht euch das an Schützgut und Brasch Oh, von hier aus ist es sogar noch größer Gehen wir rein, los! Oh! Ha, unglaublich! In dem Turm dort drüben sind die Wohnräume Er muss mehrere Jahrhunderte alt sein Sieht trocken aus Aber dieser Graben ist uns im Weg Eine Rappenfalle Wie in der Höhle Aber wer hat das alles gebaut? Verschlossen Schaffst du das? Na schön Das Schloss ist ganz schön alt Da hat sich was bewegt Ist offen Anscheinend haben sich hier alle versammelt So bringen wir die Ratten in Bewegung Lukas, Hugo, bleib aus dem Regen raus Wir werden einen Weg zum Turm freimachen Gut Komm, Hugo Bist du soweit, Melly? Wie lange wir sie aus dem Weg räumen? Also los Die Belagerung des Chateau d'Ombrage Zwei Mädchen gegen tausende von Ratten Diese Schlacht wird in die Geschichte eingehen Sieh nur, sie bewegen sich Wir sollten den mittleren Bereich jetzt erreichen können Ja, das ist schon mal der erste Schritt Ich lasse dir den Vortritt Rappen sind sein Spezialgebiet Sehr großzügig Da kann ich eine Fackel entzünden Das könnte ich sogar mit einem Stock machen Los, ich bin bei dir Ich fühle mich schon gleich viel besser Ohne Melly werde ich es nicht schieben können Habe ich ja keine Stöcker? Hm, ich kann ihr auch nichts sagen Ich fühle mich schlecht Hey, seht mal Ah Jetzt wissen wir, wozu die Grube gut ist Das Feuerbecken kommt von allein zurück Melly, kannst du zu mir kommen? Ich komme Kannst kaum erwarten, da oben zu sein Seht sie euch an Wimmeln hier rum wie Adlige am Königshof Aber das ist unser Schloss Voll geil Gut, die hier müssen auch noch in die Grube getrieben werden Und sie sind mal wieder auf der falschen Seite des Feuerbeckens Ich muss runtergehen und nachsehen, was da unten ist Gut Ich gebe dir Deckung mit dem Feuerbecken Ich lege mein Leben in deine Hände Reine Routine, meine Dame Bereit, wenn ihr bereit seid Schaffst du das? Aha Das könnte eine Schmierung vertragen Wärst du lieber hier unten? Schon gut Ich wärme mich hier nur auf Weiter geht's nicht Was siehst du da unten? Noch mehr Feuerbecken Ich kann den Ball hochklettern Dann hoch mit dir Wir werden es schaffen Wir alle werden in Sicherheit sein Melli, ich säubere jetzt den äußeren Bereich Sie kommen in deine Richtung In Ordnung Aber es werden zu viele So werden wir es nie schaffen Gut, wir müssen den ganzen Innenhof säubern Dann mal weiter Ich bin sowieso schon klitschnack Na bitte Rein in die Grube mit euch Ja, perfekt Geschafft Jetzt nur noch den letzten Bereich Ich muss zurück zur Leiter Ach, da unten sind immer noch Ratten Ich brauche das Feuerbecken Also gut Auf ein neues Habt ihr das? Ja Alles klar, Ugo? Mir geht's gut Aber man wird sein Schreiben Keine Sorge Der Sturm übertönt unsere Stimmen Bald sehen wir den Turm Ja Das ist schon besser Ich wäre so weit Die Brücke Wir sollten sie besser runterlassen Und so Eroberten Amicia die Amazone Und Melli die Verstohlene Das Chateau Du hast zu viele Bücher gelesen Ich Komm Wir müssen den Bereich da unten noch säubern Wir brauchen dafür das Feuerbecken oben vom Wald Ich gebe dir mit diesem hier Deckung Gut Ich komme runter Ähm, was war das? Nicht nur Ein geschissener alter Hebel Melli, du findest immer die richtigen Worte, was? Alles gut Das hier ist euer Chateau Ihr habt eine Verbindung dazu Unser Schloss Stell dir mal vor Wir könnten hier alle zusammen leben Mir liegen Gewölbe irgendwie näher, weißt du? Wie soll ich da nur hochkommen? Wir brauchen eine Leiter Aber die verfluchten Ratten sind überall Tja, die Amazone Erzähl ihnen doch eine Geschichte Sehr witzig Ach Genau Kürzlich Gern 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 So, die treiben wir jetzt dahin und dann pusten wir die raus. Hier drüben ist das Chaos ausgebrochen. Ich brauche dich hier. Bin unterwegs. Gut. Dann einfach nochmal. So erobert man ein Schloss. So wird man krank. Nein, meine Geschichte endet anders. Okay, jetzt ist sie da hinten nochmal. Oh my. Oh my. Okay. Okay. Hey. Ja, genau, jetzt brauchen wir den Apparat hier nochmal. Jetzt, 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 lass die Drachen frei. Na los, zurück mit euch, ihr Mistviecher. Weich zurück vor Amicia der Amazone und Melly der Furie. Was? Melly die Furie? Ich hab doch gesagt, du kennst mich nicht. Geschafft, wir haben sie zurückgedrängt. Die Burg hat uns das Leben gerettet. Ja, Laurentius hatte recht. Könnten wir unseren Sieg, wenn es euch nichts ausmacht, vielleicht im Trockenen feiern, ja? Natürlich, auf zum Turm. Ja, kommt zum Feuer, wärmt euch auf. Es ist riesig. Morgen können wir es erkunden. Das ist jetzt unser Zuhause. Schön, einfach nur schön. Ja, ich habe es glaubt ein bisschen. Das ist nicht so. Wir sehen uns das. Als Sieg, wie Sie immer aufs comigo haben. Ich bin sehr interessiert. Wir sehen uns das. 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 Untertitelung des ZDF, 2020